Ein gutes Buch? Oh, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Nein? Was genau versucht ihr zu verbergen? Ich verberge überhaupt nichts. Wirklich. Doch, ich denke, das tut ihr. Ich bin mir sicher, es ist nichts, was euch interessieren würde. Es ist ein Buch. Das sehe ich selbst. Es ist eine von Variks Geschichten. Schwerter und Schilde. Das neueste Kapitel. Das neueste Kapitel? Heißt das, ihr habt sie alle gelesen? Nicht, seit das alles hier begonnen hat. Wir waren beschäftigt. Sie hat es schon dreimal gelesen. Ihr! Ich hatte euch doch gesagt, ihr sollt mir nicht nachspionieren. Ihr habt es mir laut vorgelesen. Ich mag den Hauptmann auch nicht. Das habe ich nie gemacht. Es ist Literatur. Schlüpfrige Literatur. Was ihr auch tut, erzählt auf keinen Fall Varric etwas davon. Vielleicht sollte ich dieses Buch mal lesen. Ihr? Nein! Und warum nicht? Ihr seid der Inquisitor. Oh, ich verstehe. Die Bücher sind schrecklich und überwältigend. Und das hier hat ein offenes Ende. Ich weiß, dass Varric schon am nächsten Kapitel arbeitet. Er muss es einfach. Ihr! Ihr könntet ihn bitten, es fertig zu schreiben. Ihr könntet ihm befehlen, es... Tut einfach so, als wäre das hier nie geschehen. Varric, ich habe eine Anfrage für dich. Hups, ich wollte nicht auf dich reden. Ha! 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 Woher weißt du, dass sie nicht hier... Ihr seid es! Euer... Euer Gnaden! Ich habe mittlerweile das Fach gewechselt. Sehr gut. Ha! Sehr, sehr gut. Aber hier kommen wir nicht voran, ne? Was kann ich für euch tun? Ähm... Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen und hätte ein paar Fragen dazu. So geht es den meisten. Nur zuschießt los. Man sieht sich. Ich hätte gerade etwas Zeit, falls ich was für euch tun kann. Cassandra wartet auf den nächsten Band von Schwerter und Schilde. Ich muss was an den Ohren haben. Das klang gerade, als hättet ihr gesagt, Cassandra würde meine Bücher lesen. Was ist daran so überraschend? Ihr kennt Cassandra doch, oder? Wartet. Ihr meint diese Schmonzetten? Da kann sie lange warten. Ich habe nicht vor, den nächsten Teil fertig zu schreiben. Das sind die schlechtesten Romane, die ich je verfasst habe. Der letzte Band hat sich gerade mal so gut verkauft, dass ich die Titte bezahlen konnte. Ich würde Cassandra den nächsten Teil gerne schenken. Oh, kommt schon. Das ist grausam. Das verdient nicht mal die Sucherin. Ihr wollt also, dass ich den neuesten Band meiner schlechtesten Romanreihe fertig schreibe. Für Cassandra. Die Idee ist so schlecht, dass ich es beinahe tun muss. Unter einer Bedingung. Ich will dabei sein, wenn ihr ihr das Buch überreicht. Das lässt sich einrichten. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Wisst ihr, der Umstand, dass das Buch lausig ist, macht es irgendwie interessanter. Was habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Das ist euer Werk. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch darüber freuen. Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Ich danke euch. Das hier war alles, was ich mir erhofft hatte. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen. Falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Falls ihr welche habt. Ach komm! Merrick, das ist unfair. Arme Cassandra. Arme, arme Cassandra. Oh, cool. Ich habe aber gerade kein Interesse daran, jemandem das Ohr abzukauen. Gehen wir zu Josephine. Lilliana wollte euch sprechen, Inquisitor. Es schien dringend zu sein. Ja? Wo ist Lilliana? Lilliana war oben, ne? Lilliana müsste oben gewesen sein. Hi, Solace. Ich wollte nicht hier hoch. Ich wollte woanders hoch. Hier wollte ich auch nicht hin. Boah, da hinten ist Hawk. Solace muss auch denken, dass ich zu blöd bin, um in meiner eigenen Festsongen zu laufen. Schließlich weiß ich ja nicht einmal, wo ich hin muss. Ne, hier kommen wir wieder runter. Ich... Weiß aber gar nicht mehr, wo ich hin muss. Lilliana! Unsere Spione sind auf weitere von Korypheus-Anhängern gestoßen. Auf diese sogenannten Venatori. Ihre Anführerin Kalpernia lässt die elfische Ruinen durchsuchen. Warum, weiß ich allerdings nicht. Ich schlage vor, wir halten die Venatori auf, bevor sie gefunden haben, wonach sie suchen. Wisst ihr irgendetwas über Kalpernia? Nur, dass Kalpernia ein Name aus einer alten Legende Tevinters ist. Einer ungewöhnlichen Legende. Sie war eine Priesterin du Maas und die Ziehmutter des Reichsgründers. Ein derartiger Name soll die Venatori davon überzeugen, dass sie in die Fußstapfen von Legenden treten. Wir müssen ihnen beweisen, dass dem nicht so ist. Schön, dass meine Meisterspionin ihr Metier beherrscht. Man tut, was man kann. Diese Venatori haben auf Kalpernias Anweisung hin einen Händler namens Vicinius beschattet. Sie haben Nachforschungen über seine Geldmittel angestellt und seine Lagerhäuser überwacht. Ich schlage vor, ihr trefft euch mit Vicinius. Schmeichelt ihn und findet heraus, was er über Kalpernia weiß. Wir müssen ihn dazu bringen, uns etwas über diese blutrünstigen Kultisten zu erzählen. Ich sollte vielleicht eine Flasche Wein mitnehmen. Vicinius könnte ein wertvoller Verbündeter sein. Händler reisen viel und lieben Tratsch ebenso sehr wie Münzen. Ich werde die nötigen Vorkehrungen treffen, um euch einen Besuch in seinem Sommerhaus in Valroyo zu ermöglichen. Ich hoffe, sein Interesse wird allein dadurch geweckt, dass sie ihm Beachtung schenkt. Wir werden Kalpernias Geheimnisse... Okay. Inquisitor, könnten wir uns kurz unterhalten? Mir ist aufgefallen, dass ihr Lady Montaillier außergewöhnlich viel Aufmerksamkeit schenkt. Ihr seid mir auf die Schlüche gekommen, Meisterspionen. Eine Liaison mit unserer Botschafterin erscheint mir höchst unklug. Ich bat Josephine, sich der Inquisition anzuschließen, weil wir eine Diplomatin brauchen. Nicht, damit ihr mit ihr Spielchen treiben könnt. Ich genieße es, mit Josephine zusammen zu sein. Ich habe nicht vor, ihr das Herz zu brechen. Dann solltet ihr ein wenig achtsamer sein. Höfische Intrigen sind Josephine nicht fremd. Aber Liebe? Auf diesem Gebiet ist sie vollkommen arglos. Sie hat keine Ahnung, dass ihr euch wirklich zu ihr hingezogen fühlt. Falls dem tatsächlich so sein sollte. Ja, ich fühle mich sehr zu Josephine hingezogen. Ach, tatsächlich. Was auch immer sich zwischen euch abspielt. Ich bitte euch, ihr mit Freundlichkeit zu begegnen. Nicht nur um ihret, sondern auch um euret Willen. Was auch geschehen mag. Ich bin froh, dass Josephine hier eine Freundin hat, die sich um sie sorgt. Ich habe nur noch wenige wahre Freunde. Und diejenigen, die mir geblieben sind, liegen mir sehr am Herzen. Ich werde euch nicht weiter behelligen. Aber ich passe auf meine Freunde auf. Guten Tag, euer Gnaden. Okay. Hui! Alles cool, alles cool. Das bin ich. Josephine. Also, Leliana hat mir gerade einen ziemlichen Vortrag gehalten. Um was ging es denn? Um uns. Ach, sie ist wirklich unmöglich. Könnten wir das vielleicht irgendwo besprechen, wo wir ungestörter sind? Leliana hat gesagt, ich wäre auf dem Gebiet der Liebe vollkommen arglos? Mehr oder weniger. Bei allen. Ich bin durchaus in der Lage, unsere Verbindung zu begreifen. Ich bin natürlich nie davon ausgegangen, eure Absichten wären übermäßig romantischer Naturinquisitor. Das versichere ich euch. Dann hätte ich vielleicht eine Ballade schreiben sollen. Oder euch Rosen schicken. Was? Ihr meint ihr... Wir haben doch nur... Ich wollte nicht einfach davon ausgehen, ihr hättet zärtliche Gefühle für mich. Ich will nicht abstreiten, dass ihr mich fasziniert, Josephine. Aber wir kennen uns doch erst seit wenigen Monaten. Wie könnt ihr nach so kurzer Zeit schon derartige Gefühle für mich entwickeln? Ihr besitzt Intelligenz, Eleganz und ich fühle mich in eurer Gegenwart wohl. Der Wunsch, in eurer Nähe zu sein, erscheint mir vollkommen natürlich. Ich hätte nichts gegen eine engere Beziehung zwischen uns einzuwenden, mein Lord. Sofern das für euch annehmbar klingt. Nichts würde mich glücklicher machen. Nun, also... Dieses Bett macht mich immer noch verrückt. Das ist so klasse, das Bett. So, ähm... Wir müssen nach unten, ne? Haupt, hallo! Ähm... Gratsraum... Ja. Wie geht es euch, mein Lord? Ich werbe um die schönste Frau in der gesamten Burg. Wie sollte es mir da schon gehen? Ach, nur meine Güte. Es ist zu viel, der Speichelei. Wie weit reichen eure orlesianischen Wurzeln zurück? Oh, sehr weit. Die Montillers besaßen einst sogar gewaltige Besitztümer im Val Royaum. Ich wünschte, ich hätte sie mir ansehen können. Vor allem jene, auf denen unser Familienwappen prangte. Nach unserer Verbannung aus der Stadt wurde das ursprüngliche Wappen aufgegeben. Ich habe mir immer gewünscht, noch irgendwo ein Exemplar zu finden. Sorgt unsere Beziehung schon für Gerede? Zweifelsohne. Seit ihr euren Titel tragt, hattet ihr den Gerüchten zufolge schon ein Dutzend Liebschaften. Und mit wem war ich den Gerüchten zufolge zusammen? Ich kann nur wiederholen, was an verschiedenen Höfen geflüstert wurde. Josephine. Ach, wo fange ich an? Cassandra, Liliana, Cullen, Dorian, Mutter Giselle, dem Lautsucher, Kanzler Roderick, zwei Baronen, drei Dienstmädchen und einem Mann namens Philip. Von dem ich persönlich glaube, dass er nicht einmal existiert. Wieso war Liliana so vehement dagegen, dass wir zusammen sind, Josephine? Denkt euch nichts dabei. Sie würde jeden ablehnen, auf den ich mich ernsthaft einlassen könnte. Damals in Val Royaul war Liliana im Grunde so etwas wie meine ältere Schwester. Ihr beide habt also keine romantische Vergangenheit. Eine romantische... Mit Liliana? Sie ist mir eine teure Freundin. Weiter nichts. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht eine Weile irgendwo hin zurückziehen, wo wir ein wenig ungestörter sind. Ich habe so viel zu tun, aber... Was soll's. Nach euch. Dann suchen wir am besten nach Josephines Wappen. Suchen wir aber erst mal nach dem Weg zurück. Ja. Gut. Ähm... Dann gehen wir zum Kartentisch, um einen Ackernisten zu rekrutieren. Und um das Wappen zu suchen. Und dann nochmal irgendwo hinzugehen, wo wir vielleicht noch einen Steinbruch finden könnten. Meine Güte, müssen wir einiges hier machen. Dann gehen wir zum Kartentisch. 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 Vielen Dank.